Heyho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar jetzt ein ganz besonderes Video. Ich stehe nur noch einen, in Zahlen Leute, einen Sieg vor Legende. Entschuldigt, dass so lange kein Video rauskam. Leider ist der Olle Lion Tube ein bisschen krank gewesen und ist er leider immer noch, wie man hört. Ich kämpfe mich aber durch. Heute ist der 30. Und ich stehe, wie gesagt, nur noch einen Kampf vor Legende. Und das habe ich mir schon immer gewünscht. Schon immer, seit ich klein war. Ne, vor allem bei Haveston habe ich mir das damals immer gewünscht. Und ja, bei Legends wollte ich es endlich werden. Ich habe mich extremst durchgeschlagen mit dem Sue Assassin. Ich habe ja gesagt, das Deck, das liegt mir sehr am Herzen. Ich finde es unglaublich toll. Ja, hier stehe ich nun. Vier oder fünf Siege habe ich nacheinander damit erringen können. Und konnte mich auf Rang 1 eben ganz gut durchschlagen. Bis jetzt. Und ich dachte mir, ich achte nicht mehr auf mich. Sondern das muss festgehalten werden. So was kann ich angehen, dass ich, ja, wenn ich das Treppchen besteige, ja, endlich mal Legende werde. Es nicht auf Video habe. Das könnte ich mir nicht verzeihen. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es euch erklären könnte. Da ist der Endgegenfrau. Blitz, nein, das auch nein. Der Schlachterfisch-Schwarm ist von Anfang super. Die Kombination ist auch optimal. Und wir haben den Ring. Oh, das ist sehr gut. So können wir ganz schnell starten. Ihr wisst, das Deck, ich werde es ganz am Schluss nochmal verlinken, ist ein hervorragendes Deck. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen aufsteigen wollt. Wie der will das nicht, ne? Darunter habt ihr nicht gerechnet, was? Okay. Wir werden gucken müssen. Ich spiele den Beutelschneider links. In der nächsten Runde bringen wir dann den Schlachterfisch-Schwarm. Falls möglich. Wir könnten den hier auch jetzt rüberholen. Und dann nochmal schön gehoben ins Gesicht. Das wäre auch noch ganz blöd. Hier würdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu kriegen. Wir haben Glück. Es ploppt keine Pupferzeihung auf. Wir können von links ganz gut Schaden aufbauen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Das Gute ist, wir haben den Seense-Marschall. Da können wir eine richtig geile Kombi starten. Jetzt. Wollen wir raus. Greifen hier natürlich an. Greifen hier auch an. Erstmal die Prophezeiung ploppen lassen. Das kann nicht da gewesen. Das ist super. Wir haben mehr Leben, also können wir den Seense-Marschall spielen. Die nächste Karte kostet Nund. Spielen wir natürlich auch wieder den Seense-Marschall. Und. Okay, Leute. Jetzt haben wir ein richtig krasses Board aufgebaut. Und. Es könnte klappen. Jetzt ist er nervös. So wie ich. Okay. Das ist sehr gut sogar. Sehr, 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 sehr gut. Okay, Leute. Okay. Den hole ich mir rüber. Dann bashen wir voran. Das wird sehr, 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 sehr schwer. Sehr, sehr, sehr schwer. Das wird sehr, sehr, sehr schwer. Okay. Der wird zusätzlich gebackt, da wir einen auf dem Board haben. Ich hole ihn hier rüber. Bam. Ah, nee. Doch nicht. Ich habe mich geirrt. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich würde ihm ganz gut Schaden machen. Schlachter für Schwarm wäre jetzt Verschwendung. Ich kann nur hoffen, dass sowas überlebt. Das muss nur eine Kleinigkeit überleben. Schaden. Komm schon. Komm schon. Entschuldigt, wenn ich ein paar Fehler gemacht habe. Falls nicht, wenn ich ihn gemacht habe. Ich bin nervös und krank. Die Wasser des Lebens. Jetzt kommt er erst mal. Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht. Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist echt so unfassbar. Okay. Believe it, Leute. Believe it. Ich meine, wir sind immer noch im puren Agro. Wenn er sich jetzt kein Leben verleihen kann. Könnten wir es mit einem Blitz beenden. Und schon würden sich die Tore zu Legenden treffen. Aber natürlich hat er Wächter ohne Ende. Das gibt es doch nicht. Er kommt trotzdem durch. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Meusten. Nein, gleich. Wir haben Legende. Legende. Oh, Leute. Das müssen wir würdigen jetzt. Oh, das müssen wir würdigen. Ich würde sagen, wir bringen es zu Ende. Und der flinke Schlag macht's. Der flinke Schlag. Das gibt's doch nicht. Und danke. Ich danke euch. Wer ist Legende? 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 Da. Platz 3. 333. Geil. Boah, Leute. Das muss ich fotografieren. Ich und Legende. So, Leute. So macht man das. Checkt das Deck ab. Und spiegelt's. Ohne Scheiße. Sie werdet es nicht bereuen. Ich hab mich in kürzester Zeit durchgeschlagen. Und, ja. Hab's jetzt geschafft, Legende zu sein. Das treibt mir sogar die Tränen in die Augen. Ja, und, äh. Ich werd's gleich mit meiner Freundin auch gebührend feiern. Und. Morgen ist auch, äh. Ja, morgen. So, Silvester. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und ich starte mit Legende ins neue Jahr. Und das hab ich mir so gewünscht. Ich hoffe, ihr freut euch, äh. Für mich, so wie ich mich auch freue. Und frohes, äh. Neues Jahr. Euer Leintub.